Twister-Poker ist der schnelle Poker-Thrill für zwischendurch. Du bist schon ab einem Euro dabei und sitzt zu dritt am virtuellen Pokertisch. Eine Twister-Poker-Partie dauert nur wenige Minuten. Egal ob im Zug, im Wartezimmer oder in der Werbepause. Für eine Partie Twister-Poker ist fast immer Zeit. Die Gewinnerin oder der Gewinner kann mit etwas Glück das 2500-fache seines Einsatzes als Preisgeld gewinnen. Das Preisgeld wird zufällig ermittelt und kann bis zu 30.000 Euro betragen. So schön kann Poker auf Win Today sein.